das bringt ja mal gar nichts was du da machst da du stehst gut da da hast du nur ein bisschen gift von dieser leiche daneben dran stell dich mal ruhig da rein Junge jetzt da unten gerade noch einer rumgetapst habe ich gesehen ganz unten ja das kann jetzt ein kleines bisschen länger dauern mit diesem lager weil hier wirklich sehr langsam sehr ruhig sehr subtil vorgehen die kollegen hier sind doch ein bisschen heftiger so hier habe ich alles schon rausgelockt alles abgefackelt und da ich habe doch gefunden was ich gesucht habe müsste ich doch irgendwo mussten die sowas haben ich traue diesen dingens da unten nicht ja du musst halt auch hallo schlägst du auch also das war der den ich gesucht hatte der war hier reingegangen und sich hin zu legen war aber noch nicht eingeschlafen wo da ist was da läuft ja ja da ist Oh Gott, das Feuer war wirkungsvoll, was ich hier in Gang gebracht habe. Es wird sehr weiträumig gefackelt. So, hier ist halt immer das Problem, dass man nichts sieht, weil es, wenn man von außen reinguckt hat, extrem dunkel ist. Ich komme hier nicht drüber, ne? Ja, der reagiert da drauf. Verdammt, bin gleich da. Sehr gut. Sehr gut, der reagiert. Der reagiert auf den Alarm da draußen. So, der geht wieder ins Haus, wird aber jetzt von dem beobachtet, leider. Na gut. Ja, die Geier kreisen schon. So, wo bringst du die Toten hin? Oh, da ist einer. Schade. Das war knapp. Wir wären fast zu weit gelaufen. Ach, verflucht. Nicht gut. Hm. Ja, mach dir die Mühe. Hebe ihn auf und trage ihn wohin. Du willst jetzt nicht hierher laufen, du. Hey. Reine Verschwendung meiner Kampfkunst. Boah, das gibt's doch nicht. Wie heftig ist der denn? Dass du den nicht mal mit nem Attentat niederkriegst. Hm. Ich glaube, weil der vom Level höher ist als ich. Ich glaube, dass du das nicht verletzt hast. So. Oh, das war der Hauptmann. Der Kommandant. Dürfte noch eine Stufe ekelhafter sein. Hm, mir verloren noch der zweite Schatz. Okay. Jetzt nicht mehr. Gut. Ja gut, der ist halt auch Level 39 und ich bin Level 36. Da kann ich natürlich... ...nicht so unbedingt erwarten... ...dass ich den direkt niederkriege. ...dass ich den direkt niederkriegen. ...dass ich den direkt niederlässt. ...dass ich den direkt niederlässt. warte ist es nicht in stücke habe ich nicht ich habe das alles gut kein schwerer kein schwerer schuss ich kann auch wechseln alles gut alles gut Hey. Oh. So, wo sind die Löwen? In wem klappt der sich denn jetzt? So, wo sind die Löwen? So, wo sind die Löwen? Ja, das hat jetzt aber gedauert, du. Meine Fresse. So. So, da wäre jetzt eine Mission, die ich annehmen könnte, aber nein, aber nein, wenn ich auf die Uhr gucke, würde ich sagen, ist das jetzt der Moment, wo wir mal Feierabend machen. Wir schauen noch mal gerade auf die Missionen. Wir haben jetzt hier noch so ein bisschen Dämonen in der Wüste. Das ist eine von diesen Missionen. Das ist eine von diesen Missionen. Leute, der für ein Luck ist. Das ist ein Polenstufe 40, das. Das habe ich immer mal wieder gemacht zwischendurch. Die Dinger sind mir egal. Das hier habe ich lange keinen Steinkreis mehr gesehen. Die zwei. Das sind heftige Missionen hier teilweise. Das Krokodil niedermachen ist noch wesentlich einfacher als die Auswirkungen des Krokodils. Wir kämpfen, ja, zum Abschluss bestaut nochmal mein Position-Gerät. Ihr habt ja recht. Ich stelle mich doch jetzt nicht hier hin, um mir dein Quatsch anzuhören. Ich wollte gerade Feierabend machen. Hör auf zu... Halt's Baul jetzt. Das ist ja fürchterlich mit dir, Mensch. Jetzt halt doch mal die Schnauze. Ich will die abmoderieren. Ist mir egal. Halt die Schnauze, Junge. So, darf ich jetzt. Hier. Palmen. Palmen, Strand, Sommer, Sonne, Sonnenschein. So. Meine Herren. So. So. Ja. So. Ich kann nochmal so sagen. Wer so sagt, hat auch keine Lust. Genau. Alles klar. Das war's für heute. Da hinten steht der Mond in voller Pracht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Das ist das The Street Origins. Einen schönen Abend noch. Tschüßen.